Wie lernen wir in Deutschland? Und was muss sich ändern? Was können wir verbessern an Kita, Schule, Ausbildung, lebenslangem Lernen? Was denkst du darüber? Hast du Ideen? Der Bürgerrat Bildung und Lernen will gemeinsam mit dir und vielen Menschen in Deutschland etwas verändern. Aber wie läuft das genau ab? Und wie können wir tatsächlich etwas erreichen? Der erste Schritt passiert online. Auf der Webseite des Bürgerrats kann sich jeder anmelden und mitmachen. Einfach aufschreiben, posten, kommentieren, was du zum Thema Bildung und Lernen denkst. Alles wird gesammelt. Alles ist wichtig. Weiter geht es dann in den Bürger- und Jugendforen. Dafür kommen in ganz Deutschland bis zu 1000 zufällig ausgewählte Menschen an verschiedenen Orten zusammen. Sie besprechen und ordnen die Vorschläge weiter. Und wählen Vertreterinnen und Vertreter für den Bürgerrat. Der Bürgerrat diskutiert dann, welche Themen und Vorschläge bereit sind für den nächsten Schritt. Den Bürgergipfel. Hier treffen gewählte Botschafterinnen und Botschafter aus dem Bürgerrat mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Politik und dem Bildungswesen zusammen. Die hören sich an, welche Ideen wir haben für die Probleme, die auch sie jeden Tag beschäftigen. Warum wir damit reden können? Weil wir die Expertinnen und Experten im Alltag sind. Weil wir viele sind und ganz verschieden. Weil unsere Erfahrungen aus der ganzen Gesellschaft kommen. Wir können und wollen etwas beitragen und die Politik mitgestalten. Dafür brauchen wir Dich im Bürgerrat Bildung und Lernen. Mach mit beim Bürgerrat Bildung und Lernen.